so youtube herzlich willkommen zurück ja wir spielen heute in dieser session weiter da wo wir das letzte mal aufgehört haben und ich meine das war mission 5 korrekt von 15 8 das müsste gewesen sein der letzte pharao und da wollen wir gar nicht lange schnacken wir laden mal rein guck mal ob man überblick kriegen genau das war die karte mit den ganzen steinen hier hier hatte ich eine wachstube in auftrag gegeben und hier glaube ich auch weil hier schon der erste gegner kommt so wir haben bereits gefunden eisen und kohle forsthaus ist hier entstanden holzfällerhütte auch geht die arbeiten hier alle noch die holzfällerhütten wobei die jetzt schon am abklingen ist kann man die schon mal wegnehmen die ist unnötig mittlerweile ich glaube wir sollten ach da haben wir schon den ersten bauernhof in auftrag gegeben dann machen wir noch einen zweiten da geht es dann bloß darum wir brauchen vermutlich früher oder später dann relativ also jetzt schnell nahrung das ist ziel nummer eins so wir haben eine baracke hier oben besetzt die wird gleich besetzt die wird gleich besetzt ok können doch aber hier erst mal wieder auslagern weil hier sind keine feinde theoretisch hier lassen mal drin nehmen wir auch aus daten sparen und das funktioniert nicht so gut wie ich mir das gedacht habe ich muss es aber so machen dass ich heute mal im fenstermodus das ganze mache somit kann ich immer noch auf den zweiten monitor zu greifen ohne dass ich hier aus dem spiel raus tappen muss gucken ob ich mich dran gewöhnen es gibt ja aber auch feiltasten werden jetzt vielleicht versuche ich das nachher noch mal ein bisschen um zu beinden wenn das geht bin ich mir gerade nicht sicher hier könnten wir theoretisch nach hafen bauen das ist sehr gut dann würde ich direkt auch einen auftrag geben weil da ja gleichzeitig auch als lager funktioniert die hütte ist fällig ich würde dann auch diesen weg nehmen so der bauernhof geht gerade in arbeit der war halt überall eisen hier müsste dann dementsprechend auch noch essen sein wir haben 40 staumstämmer 41 und 56 holz eigentlich können wir zumindest schon mal hier ein kohlebergwerk das ist nie verkehrt hier die holzverleute die profitiert dann wahrscheinlich mit von dem forsthaus kann ich jetzt hier noch ein forsthaus setzen vielleicht macht das mehr sinn hier wird auf jeden fall fleißig gebaut wagerhaus macht er hier hin okay ob ich versuche tatsächlich hier unten nochmal komme ich hier lang ja ich muss mal in die einstellung kann ich mir das hier nicht umbeinden anscrolling aktiviert muss mal gucken was da passiert okay jetzt kann ich gar nicht mehr scrollen aktiviert habe ich dann hier nicht du hast ja was macht der smart cursor da muss ich irgendwie damit leben oder aber aktuell erst mal auf vollbild muss dann nur daran denken dass ich es dann umstelle hier oben wurde jetzt ausbesetzt ok da ist gleich wieder raus naja das ist ok doch die war schon besetzt ok hier hätten wir einen hafen gut das forsthaus Das steht schon mal. Jetzt geht es halt darum... Theoretisch hier oben macht ja nichts mehr. Das heißt, wir brauchen langsam aber sicher... Eisenschmelze. Und eine Schlosserei schon mal. Da würde ich auch direkt die beiden... anschließen. Ja. So, dann mal gucken, ob der jetzt hier profitiert... von dem zweiten Forsthaus. Dass wir erst mal zumindest hier unten ein bisschen stabile Holzproduktion haben. Weil der baut jetzt ab. Da kommt dann nicht mehr viel. Es geht halt darum, dass wir... mal versuchen... Hier mal noch... So. 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 Die Fläche noch freikriegen. Ja, der baut ab. Okay. Den können wir dann entfernen. Das kommt dann halt tatsächlich drauf an. Wie wir das hier mit den Bäumen dann nutzen können. Mal so viel wie möglich hier noch auf Bäume zu gehen. Okay. Der ist schon mal bei 70. So. Damit hätten wir jetzt theoretisch... ein bisschen Getreide... in der Mache. Ich würde tatsächlich sagen, hier eine Mühle hin. Und auch die Bäckerei. Okay. Schön Wege ausbauen hier. So. Brunnen haben wir noch nicht. Richtig? Ja. Okay. Dann auf jeden Fall... schon mal einen Brunnen. Vielleicht auch... Hier mal... noch einen Brunnen. Wachstuben sind errichtet. Achso. Ah, hier habe ich Wachtürmen in Auftrag gegeben. Verstehe. So. Dann werde ich aber auch hier... Ach Scheiße. Komm ich hier an die... Das wird wieder nichts werden. Richtig? Ich kann... Mist. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Aber dann machen wir zumindest hier einen. Und hier einen Holzfäller. Genau. Könnte ich auch noch ausbauen. Das machen wir auch. Hier fehlen uns nämlich schon die Arbeiter. Der ist eh auch zu weit weg hier schon mittlerweile. Müssten wir eigentlich für die beiden hier wieder Arbeiter kriegen. Okay. Riesenbergwerk errichtet. Kohlebergwerke errichtet. Perfekt. So. Hier unten ist jetzt auch... Okay. Müsste ich ja trotzdem, wenn ich hier noch einen Holzfäller mache, auch jetzt hier die Arbeiter. Okay. Passt. Eigentlich müssten aber die hier... Ja. Ne. Hier ist wieder einer da. Okay. Und hier auch. Okay. Perfekt. Gebiet verloren. Ja. Das ist nicht so geil. Aber... Ich kann nochmal hier das Gebiet noch geologisch erkunden wollen. Uh. Okay. Das... Ne. 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 Noch nicht. So. Machen wir hier sonst noch irgendwo freie Stellen. Oben ist auch dann noch was. Das würde ich tatsächlich auch schon mal geologisch erkunden lassen. Aha. Perfekt. Kann der mich hier über da auch anbauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich baue es mal aus. Das bedeutet aber... Auf jeden Fall noch einen Bauernhof. Dann machen wir noch einen Holzfäller. Ja, wir bauen es erstmal so. Ich gucke dann nochmal, ob ich das optimieren kann. Eventuell hier dann wieder wegnehmen, wenn das Holz weg ist. Passt auch noch was hin. So. Hier geht es auch voran. Ich könnte natürlich alternativ sagen, hier noch eine Baracke hin. Warte ich vielleicht hier auf die Ecke nochmal einen Förster und einen Holzfäller bauen. Jetzt ziehen wir hier erstmal die Grenze noch ein bisschen aus. So. Wir haben auch erst einen Fischer. Jetzt eigentlich hier mal schon mal noch einen bauen. Hier bin ich ein bisschen froh, obwohl wir müsste eigentlich auch ein Fischer hinpassen. Weil ich brauche ja hier dann dementsprechend noch die Werft. Das gefällt mir so nicht. Wo ist jetzt? Hier. Aha. Hier gibt es also Gold. Ah, gut genug. Aus irgendeinem Grund. Aha. Ich komme also hier nicht weiter. So. Okay. Dann bauen wir hier mal noch einen Steinbruch. Okay, da kann ich ja noch ein bisschen gucken. So. Wir hatten hier unten irgendwo... Aha. Kohle. Verstehe. Kohle ist ja nicht verkehrt. So. Okay. Hier ist er schon direkt. Zack. Und zack. Okay. Also wir wissen, hier gibt es viel Kohle. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Hier noch eins hin. Ah, das macht dann schon wieder keinen Sinn mehr. Mal. So. Jetzt machen wir hier mal die Aufräume. Später nochmal hin. Vorerst haben wir genug Kohlebergwerke da. Und da hämmert noch. Können wir mal ganz kurz sagen. Genau. Ah, hier keine Brettereien. Ich lasse die mal alle hier hochliefern. Ich habe wohl Steine. Könnte man kurzzeitig auch Richtung Hafen mal liefern lassen. Diese ist verbraucht. Es gibt aber schon doch deutlich mehr grünen Flächen als ich am Anfang vermutet hätte. Vielleicht kann ich hier noch und hier noch ein Fischer. Genau, wie das geht. Das geht. Aha, hier gibt es also auch Gold. Das ist nicht so schlecht. So, Gold viel. Gold viel. Auch Gold. Kann man noch ein bisschen hämmern. Okay. Ich kann hier noch ein paar Wege optimieren. Okay, die Baracke. Perfekt. Da ist halt auch ein Grenzen hier irgendwie. verläuft jetzt die Grenze. Weiter vorne auf jeden Fall. Ganz gerne hier noch einen Steinbruch reinbasteln. Und tatsächlich auch hier noch einen Steinbruch. Der zweite Bauernhof steht auch. Der dritte noch nicht. Gut, gut. Hier geht auch mal ran. Die Erft muss ich dann umstellen. Der ist hier fertig. der ist also auch soweit wir uns langsam gedanken machen tatsächlich gerne hier zum einen eine schweine zucht etablieren ja der auch schon wieder leer ist so kommen jetzt hier schon noch nicht kommen baumstämme an der weg ist ja echt das muss ich noch mal optimieren und anpassen so hier sind ja alle Holzfäller weg theoretisch kann ich da nicht sagen das so und so nehmen den weg noch weg hier aufgepasst okay das hat genau noch gepasst der Bogen gefällt mir hier eigentlich auch nicht nicht viel besser na gut so aber der Fischer ist schon mal da das ist gut wird noch gebaut der Steinbruch ist auch in Arbeit und zwar bauen auch schon kann ich jetzt hier mal also so 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 jetzt ein komisches weg kunst ja nö da sag ich mal so langsam kommt hier auch die Nahrungsmittelproduktion in Gang das ist eigentlich gut wenn wir langsam anfangen richtung militär dann zu gehen nachdem an den nicht das ist das ist aber dass auch das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.